Noch ein Test! Das ist dein Test! nein! 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 Sonst ist dein Test! Nein! 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 Diesmal hast du es wirklich zu weit getrieben, Bart. Ich hoffe, dass du dafür lebenslängig bestraft wirst! Was glauben Sie, wenn dieses schreckliche Geräusch aufhört? Na ja, so in etwa 10 bis 15 Sekunden. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Endlich so ist es besser. Nun zu dir, was deine Bestrafung angeht, junger Mann. Ich weiß, ich gehe nach oben und denke darüber nach.